Hallo liebe Minecraft-Freunde, willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo ohne Info, alles ohne alles. Es wird nämlich jetzt gleich nachher einen Livestream geben, der wird allerdings nicht auf meinem Kanal kommen, denn das Problem ist, dass ich so eine schlechte Internetverbindung, so einen schlechten Upload habe, dass ich einfach nicht streamen kann. Und deswegen streame ich zusammen mit Luca aka Brian aka der Romant, wie er sich jetzt genannt hat. Ich habe euch seinen Kanal hier oben verlinkt, einfach mal gucken, wenn der Livestream online ist, wie gesagt, 20 Uhr kommt er online. Ich werde dann auch innerhalb der nächsten 5 Minuten danach 20 Uhr mit eintreffen und hier seht ihr gerade eine Map, das ist die erste Bad Wars Map für unseren Server. Wir werden dann einmal im Livestream Skyrims spielen, vielleicht auch ein paar Minigames und falls Skyrim zu langweilig wird oder sowas, gehen wir auf Skybounce und wir talken über unseren Server und außerdem gibt es ein neues Feature mit einem Teamspeak-Server und wenn ihr die IP schon mal vorzeitig wissen wollt, dann schaut im Livestream vorbei, ich denke mal die wird dort auch verlinkt sein. Also bis dann, ciao, ciao.